Vama Pada Dhirasana ist die Stellung des Ruhens auf dem linken Fuß. Raffaella zeigt, wie es geht. Zunächst beide Beine ausgestreckt, dann beuge die Knie und setze dich auf die Fersen wie zur Vajrasana. Dann setze dich auf den linken Fuß, sodass die linke Ferse im Anus ist. Gib den rechten Fuß unter das rechte Gesäß. Hauptgewicht ist auf der linken Ferse. Dann kannst du die Hände entweder falten oder die Hände auf die Knie oder Oberschenkel geben in Chin Mudra oder gib die Hände zusammen vom Brustkorb in Namaskar Mudra.